Ich hab irgendwie Angst vor diesem Gang Aber egal, Angst ist was für Schwache Ne, 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 okay, hier geht's auch weiter Ja, werden wir diesen kleinen Eckgang dann später nochmal benutzen Es sei denn Ja, gut, hier geht's dann so weiter Moment Hier war nichts Gehen wir mal nach Was haben wir denn hier? Nix, 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 nix Ja, vorne sieht's nicht gerade so aus, als ob da was wäre Ah Whey, bam Und dann hab ich nochmal einen gedreht Hier geht's dann weiter nach oben Ah, da geht's also lang Äh, gut, dann werden wir jetzt einfach mal Diesen Extraggang benutzen Bevor wir hier oben einfach so weiter rumspazieren Äh, wo war der jetzt? War der jetzt, oder, ne Der war Der war hier, genau Ebenerzstiefel Passt irgendwie gar nicht zum Rest Würde ich fast sagen Aber sehen schön aus, die Ebenerzstiefel Muss ich sagen Die wissen, was gut schaut Gut schaut, gut ausschaut Mein Gott So, ne, hier ist auch nix Ah nix, ah nix, ah nix, ah nix Ne, äh Moment mal Bin ich jetzt hier und dann geht das Ding hoch Okay, das ist bloß zur Befestigung Damit hier nix außer sich mal kaputt geht oder so Himmelsrand Hey, mal gucken, wo wir jetzt rauskommen Du kannst nur die Kräfte eines einzigen Findlings besitzen Aktivierst du einen neuen Stein, verschwindet die Kraft des vorherigen Ein Cheat wäre es eigentlich Dann mit nem Hammer auf den Findling einzudreschen Und dann einfach so einen Stein von diesem Ding mitzunehmen Vielleicht, aber nur vielleicht Fliegt hier schon wieder ein Drache rum Ne, doch nicht Ein Trauergewicht Ah Aber wo bin, ich muss mal kurz gucken Auf die Garte, wo ich bin Moment mal Äh Aha Südliches Bollwerk Gut Bin ich also einfach durchgelaufen Da werden wir dann wahrscheinlich mal nach Falkenring gehen demnächst Ist das nicht eine schöne Galaxie Sieht so genial aus Oh Ist nix Das hier unten dürfte Falkenring sein Nehme ich jetzt stark an Wenn es das nicht ist Ist es das nicht Äh, nein Und vor allen Dingen hab ich jetzt meine Aranea Wie heißt die eigentlich Ach egal Meine kleine Zauberin Bibi Blocksberg Und Feuer Ich weiß, ich bin mies Aber egal Man muss Aufstände niederhalten Wenn die Kurz vor Na okay Nicht zu spät halt Damit man noch genügend Zeit hat Zum Reagieren Also hier Schrick Wind Bastion Das passt irgendwie nicht Äh Da stand auch diese Wimmerwind Dingens Wie kommt die dann bitte auf Schrickwind Bastion Das ist jetzt die Frage Die sich hier durchstellt Gut Dann haben wir das Speichern Hoey Und es geht weiter Okay Ich hoffe einfach nur Hier gibt es so eine Art Wort Nicht so eine Art Wort Dass es hier ein Wort gibt Wir wollen uns ja mal ziemlich klar ausdrücken Ah Ich bleib hängen Moment Äh Links Wir waren ja schon mal hier Äh Hier war eine Wand Und hier oben geht es weiter Nee Auch nicht Uh Es sieht mir aus Als ob da hier oben Irgendwas liegen müsste Oh gut Manchmal ist es halt Nur zur Deko Herunterfallende Steine Sind Deko Wenn auf den herunterfallenden Steinen Noch irgendein Item Oder so wäre Ein Gegenstand Man sagt irgendwie Item In letzter Zeit Nicht das schöne Wort Gegenstand What Aber das sieht schön aus Die Düsen sind nur ein klein wenig schief Würde ich fast schätzen Aber wenn man Wenn man Von Moment Ja wenn man von hier guckt Sieht es genial aus Okay irgendwann muss das Gas ja draußen sein Irgendwann Oh Gott Jetzt ist mir ein extremst gemeiner Witz eingefallen Und irgendwie finde ich den schon jetzt cool Aber gut Äh Moment mal Wenn ich vielleicht Eishauch benutze Könnte ich die vielleicht einfrieren Wo ist er denn Da ist Sturm So Dem war anscheinend nicht so gut Wir warten mal noch 5 Sekunden Und danach Ducken wir uns hier geradeaus durch 1 2 3 4 Speichern 5 Oh mein Gott Wuhu Ich lebe noch Ja und den Flammdiemmern Den ist das mal wieder scheißegal Danke Die Yay Und dann noch eine Drehung Ach Aus Endlich Moment mal Das also dann bestimmt für die Tür Oh Gott Das hätte beinahe Schief gehen können Also immer Abstand halten Ich bin da Hallo Oh oh Natürlich sind die fast immun Schön dass ich es jetzt auch mitgekriegt habe Oh 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 Ich bin tot Okay ähm Item 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 Gegenstand So Dann noch ein Habe ich denn noch irgendwo andere Gegenstände die heilen Gesundheit wiederherstellen Haha Genau die brauche ich Okay Ach du Scheiße Magie Verbrennen Hier Verreckt doch man Verreckt doch einfach Huuu Knapp Aber hatte ich Wunden schließen Ja eigentlich alles Ach das ist bei W Deshalb habe ich es nicht gesehen Wow Also jetzt fühle ich mich richtig gut Mann 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 Okay Dietrich Nemmer Gold Nemmer Schwarze Robe Nemmer Nemmer Ach Also ich bin es ausgenommen Äh Eigentlich müsste Skyrim noch ein Tick realistischer sein Und man müsste so einen Rucksack auf dem Rücken haben Und alles das was man im Item hat Wird irgendwie Versinnbildlich dargestellt Oder es wird halt im Gesamten dargestellt Das wäre echt cool Ja Schönen Dank Das Buch bringt mir jetzt nicht viel Rechts liegt nichts Moment Hier gibt es einen Gang nach rechts Und hier gibt es einen Gang nach links Halten wir uns jetzt mal kurz links Und dann schauen wir weiter Ne Gibt es nichts weiter Nö Auch nicht Gräbnisurne Alles mitnehmen Toten beschweren sich ja theoretisch nicht mehr Hm Aber ich wäre wirklich noch ziemlich erfreut Wenn hier wenigstens so eine Art Wirt wäre Und schon wieder so eine Art Wirt Weil die Naja Leichten Wörter Bezeichne ich jetzt mal nicht als Wirt Sowas wie Entwaffnen oder so Entwaffnen braucht ja niemand Waffnen ist einfach nur da Sonst funktioniert er noch nicht mal bei hochstufigen Gegnern Was extremst Schlecht ist Ach und wir sind da Gut Das ist so ein Geier Ist das hier bloß für ein Oh wow Das sieht mir so nach Drachenruine aus Ja muss es ein Wort geben Wenn mal vom Sprich Anvisieren Feuer Oh 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 Ach du scheiße Muss es ausgerechnet ein Eis elementar sein Die wissen doch alle Ich hab's nicht so mit Eis Ach mein Gott Wo ist denn der jetzt hin Da Gut Soviel dazu Wunderbar Oh Ein Thron Äh nein Ja ja Also Ja eigentlich auch Natürlich nehme ich das mit Nehmt dann keine Gegenstände mit Feuer klar Na ja klar Es muss doch bald mal was passieren Ich hab doch eine Falle ausgelöst Oder sowas Die können ruhig noch weiter singen Ich ignorier die jetzt mal gepflegt Wir haben einen Aussichtspunkt Super Mal gucken wo man dann rauskommt Okay Hier rechts geht's Auch nicht weiter Hier links kennt noch was Ne Okay Und wir haben gefunden Kampf Elementare Raserei Oh Wunderschön Ach ne Aber na Kampfwaffen sind in dem Spiel Einfach nur okay Da will ich auch ein bisschen Spaß haben Und mich aufregen können Aber gut Äh Magie Schreie Blablabla Elementare Raserei Kampf Ah Okay Ich dachte das wäre wenigstens dunkel Aber ne das sind beide Äh die sind beide hell unterlegt Unbehagen Furcht und rennen Und die Schwachen sollen den Boom fürchten Ja und so weiter Äh Ne 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 Hier ist auch noch Da fehlt noch eins Kampf noch Gut Okay Ich hab ja nur noch acht Seelen Ich muss in nächster Zeit mal ein paar Drachen wieder erlegen Aber Die kommen ja nicht immer In der Zeit ziemlich selten sogar Hm Ich muss vor allen Dingen bei den Zerstörungszaubern auf alle Fälle nochmal den extra Schaden erhöhen Okay 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 Ach du Scheiße Gut M Äh Moment L Dann gehen wir mal hier gen Süden und nach Falkenring Gut Ui Strecken ist sowas feines Okay Äh Und jetzt speichern wir mal Und Ich sag Äh Mal kurz Ciao ciao Und dann geht's nach Falkenring Äh Also dann Bis bald Bis bald